Liebling, wo sind meine Superschuhe? Wo sind meine Superschuhe? Ich hab sie weggeräumt! Wohin? Wieso musst du das unbedingt wissen? Ich brauch sie! Oh nein, wachst du ja nicht einer deiner Superhelden-Nummern abzuziehen? Dieses Essen plant dir seit zwei Monaten! Die Stadt ist in Gefahr! Mein Abendessen ist in Gefahr! Sag mir jetzt sofort, wo meine Schuhe sind! Es geht um höhere Gewalt! Höhere Gewalt? Ich bin deine Frau! Ich bin die höchste Gewalt, die du je zu spüren bekommst!